Was hat denn nicht gepasst? Wie bitte? Gibt's ein Problem? Na, ich wollte nur wissen, was nicht gepasst hat. 20. Wieso? 40. Was hat denn bitte... 60. Sag einmal, kapierst du nicht, dass du die Papen halten sollst? 60 Liegestütze. Heute im Unterricht habt ihr gelernt, wie man sich richtig meldet. Oder nicht? Was habt ihr gemacht? Dort habt ihr euch gegenseitig noch weggeholt? Sind sie witzig? Vielleicht ist das nicht verstanden, weil er Ausländer ist. Aufstehen. Aber erst 24. Zieh so hin, aufstehen, hab ich gesagt! Sonst ist wer vom Begriff, Rekruttschusch? Herr Vizierleutnant, Rekrut Fallag meldet. Mein Name ist Fallag. Lernen tut er schnell. Blicke geradeaus. Bist du ein intelligenter Tschusch? Jawohl, Herr Vizierleutnant. Spindordnung wieder herstellen lassen. Zeit, fünf Minuten. Jawohl, Herr Vizierleutnant. So, ihr habt's das gehört? Ab zu den Spindern und Spindordnung wieder herstellen. Fünf Minuten Zeit. Spindern und Spindern.